Sieht aus, als müsste ich das ein bisschen umleiten, um es auszuschalten. Das hier ist alles. Wie, wie du, früher. Danke, äh, schätze ich. Woran hast du gearbeitet? Also vor Blumen. Modulare Steuerventile, die sich bei Druckänderungen ausbreiten oder zurückziehen. Da ist ja auch noch einer. Ja, definitiv wie du. Alter! Mein lieber Scholli. Da hatte ich nochmal, äh, Lack. Wollte ich sagen. Okay. So. Oh Mann, das werde ich doch bestimmt irgendwie noch versauen. Ich hab keinen Bock. Moment, warte mal kurz. Wäre ich nicht klüger erstmal hier lang? So, jetzt bin ich schon mal da. Wer kommt denn hier entlang? Nur der hier, scheinbar. Okay. Gut. So. Hacken? Noch irgendwas zu hacken? Nein. Gut. Gut. Geschafft. Sieht aus, als müsste ich mich durch die Tür hacken. Aha. Wahrscheinlich lassen wir wieder gleich unser gelliges Auto los, ja. Ja. Na denn. Mal los. Ist irgendwie verdammt geil hier mit dem Auto rum zu cruisen. Finde ich recht geil. Da ist einer. Geine Frisur. Sieht ein bisschen komisch aus. Anlocken. Geh mal bitte daheim, Kollege. Danke. So, was haben wir hier? Okay. Moment. Ah. Bye, bye. Wo komme ich denn hier raus? Aha. Okay, dann fahre ich halt da weiter. Wo komme ich da hin? Ich glaube, das ist falsch. Ah. Das sieht doch richtig aus. Aber müsste... Wo ist ich denn eigentlich lang? Moment, ich fahre doch mal lieber da entlang. Mal gucken, wo ich denn da hinkomme. Da ist auf jeden Fall so ein Heini. Moment, kurz warten. Alter. War das knapp. Moment. Hm. Okay. So. Davor kommt... Konnte ich aber nicht da drauf. Kapier ich nicht. Oh, naja, egal. Äh, wo dann? Ich habe was vergessen. Oh, Mann. Ich habe was vergessen. Ich muss, glaube ich, erst mal irgendwas aktivieren, dass der Aufzug irgendwie geht oder so. Kann das sein? warte mal warte mal da geht es ja noch weiter das ist richtig so super und dann jetzt das ist falsch da kann man hacken wollt ihr mich verarschen alter ich muss früher anrufen da muss ich ein bisschen schnell sein so sehr schön das hätten wir schon mal so warte kurz so schnell dann nach oben perfekt auch noch mal kurz warten und zack jawohl super und zur sicherheit nämlich schon mal den weg hier mal da entlang noch mal da entlang ja jawohl alter ich verwette mein arsch dass die jungs hier nachts lsd laserpartys schmeißen mann darauf komme ich jetzt gerade gar nicht glaubt darauf hier das ist mir ein bisschen zu hoch ist gerade das ist echt heavy dessen nee das geht nicht das ist gerade echt heavy so eine sicht ich hasse diese sicht ich lasse das mal so hier okay der hat jetzt da von oben wie kriegt der denn das das ist von der seite irgendwie hat er dort auch jawohl meine frisse ok mal sehen was es zu früh ergibt ist schlimmer als gedacht ich rufe ihn an wenn ich hier raus bin aber erst sorge ich dafür dass ich hier wirklich rauskomme nächste zeit für mich zu verschwinden ich werde das licht ausschalten sehr gute idee besser siehst du ihn nein ich sehe gar nichts ist er schon weg stellen such einfach weiter die schießen nur auf das was sie sehen bloß sie sehen mich hier fast hier ist nichts ich suche anders weiter so der wäre schon mal down so und bämm jawoll a bissl splinter cell like hier unterwegs hammer fett so alles klar hier ist mit ein bisschen mehr power nehm ich gerne focus boost naja moment so das auto so geil ist dat geil ach da ist noch einer der ist tot pussi da ist einer sind zwei der andere kommt auch noch okay alter war das knapp mein lieber gesangsverein der hat slow mo aber irgendwie benutze ich ihn manchmal nicht was ist das für ein scheiß ist das nervig hey man so und zack ich will die slow motor benutzen und auf einmal geht es nicht ist auf jeden fall mal nervig da ist einer da ist auch noch einer okay warte mal so mal der karre vielleicht schon ein bisschen rumcruisen wieder ablenken sprengen ich halte lieber den aus oder auch nicht warum kann ich den denn jetzt hier nicht ausschalten ich kann ihn nicht betäuben ah jetzt moment so warte mal wie komme ich denn hier raus cool super und nach oben bitteschön okay ich hab deine datei ich werde ehrlich sein das sieht echt scheiße aus die haben fixer auf dich angesetzt man wie die die mich verfolgen nur dass ich meine spur vor jahren verwischt hab gott die haben nicht mal biometrische daten und finden mich trotzdem immer wieder und jetzt scheinen sie auch dich zu suchen nach einem jahrzehnt warum ich weiß nicht aber wir müssen es herausfinden bevor wir fluchtpläne machen können wir haben nicht viel womit wir arbeiten können wir wissen nur dass die fixer wissen dass du in der pennerstadt lebst ja aber hier sehen sie mich nicht was machen wir nun ich hab ne idee ich hol dich bald ab dann geht's los mit phase zwei heute bitte nicht so sonst krieg ich gleich wieder eine panikattacke besser du hast jetzt eine als wenn wir da ankommen wenn du sollst die fixer daraus locken nein ray nein ich muss los hier wird es gleich ziemlich laut ray nein haben die es bemerkt scheinbar nicht sehr schön da kann ich verspringen will ich aber nicht kann ich hier nicht runter hüpfen ne ein bisserl zu hoch Da sind zwei gleich direkt. Nicht gut. Ich hätte da eine kleine Idee, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die so sinnvoll ist. Ich will eigentlich das Sprengen da vorne. Damit da dann alle hinrennen. Aber naja. Sind da unten eigentlich noch irgendwelche? Wie komme ich denn hier jetzt am besten weg, Alter? Hm. Die stehen auch überall, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will da runter. Ey. Okay, interessiert den nicht. Auch toll. Äh, boah. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ah, ha, 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 ha. So. Kann ich anlocken, ja, toll. Und da war nicht so wirklich viel. Hm. Scheint nichts Schlimmes zu sein. Bewegt der sich jetzt am Meer, oder was? Nicht so wirklich. So. So. Da wären sie beide down. Was sind da noch welche? Wo muss ich eigentlich jetzt genau hin? Runter geht's nicht? Wo war denn diese verdammte Treppe? Ach, da ist die. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie wäre es denn jetzt wirklich, wenn ich das da spreche? Kommen die alle von da? Ich mach's einfach mal. Na, bewegt ihr euch? Achso, das ist nur für eine Weile. Obwohl es so dunkel ist, sehen die mich trotzdem hier, oder was? Interessant. Ha. Oh, ich kann hier runter. Ist ja wunderschön. So. So. Jawohl. Und noch eine geile Karre hier. Naja, verpiss dich. Moment. Erstmal markieren die nächste Mission, die sich genau da befindet. Oh, nee. Man dringt gerade mein Spiel ein. Oh, nee. Die nächste Saudi. Ah, warte. Wo ist der? Ist der Hacker? Ist der da oben, oder was? Was ist der denn? Wo ist die alte Notte? Guck mal. Ist ja wunderschön, dass der da oben sich versteckt, ey. Meine Fresse. Meine Fresse. So ein mieser Wund. Springe ich direkt hinterher? Oh Gott. Aber ich hatte auch nebenbei eine scheiß Waffe, ey. Ich hatte so eine scheiß Dreischusswaffe. Ja. Naja. Auch toll. Naja. Ich hab immer noch, immerhin den Typen gefickt. Gefickt. Ei, 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 ei. So. Jetzt aber nächste Kampagne hier. Jetzt aber wirklich hier. Hä? Achso. Nee, nix online. Keine Bock. Keine Bock habe, du. Und? Nehmen bei eine geile Karre da vorne. Aber egal. Ich fahre jetzt mit der einfach da hin. Und da auch noch eine geile Karre. Mann, du. Ich will aber jetzt gerade ungern aussteigen, ehrlich gesagt. Sorry. Gibt's noch? Ja. Das dauert ja schon wieder eine Weile, ne? Also das haben sie echt richtig mit Absicht gemacht, wie man sieht. Immer schön die nächste Mission am Arsch der Welt umgepackt. Immer wieder. So, ich nehme mal darüber das Motorrad. Motorrad ist besser. Geiler. Ja. Ja. Warte mal kurz. Jetzt. Jetzt kann es losgehen. So. Voll Speed. Oh. Oh yeah. Oh Mann, ey. Immer wenn ich rüber will, dann schalten die Ampeln auf grün, links und rechts. Mann-O-Meter. Naja. Jetzt aber. Kann ja nicht angehen hier. So. Sehr schön. Juhu. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs sein, als mit einer Karre. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020